Gutana meine klasse Zuschauer und herzlich willkommen in einer kleinen Folge City World Das ist jetzt in den Klammern die dritte Folge und ihr seht hier hat sich aber viel verändert also wir haben schon ein bisschen angefangen zu bauen und ich baue da gerade in meinem Hallo Anthobux. Ich baue hier gerade mein Baumhaus und ja, also das Baum ist am Ende dran und ihr könnt mich jetzt glaube ich gut hören, was ich mal hoffe, denn ich habe mich gerade in Zwei-Games aufgeregt und habe mein Herz zerschlagen, deswegen liegt jetzt vor mir nur noch so der Koffer auf, mit dem man redet, also nur noch das Mikrofon hat in dem Fall. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch richtig, richtig gut, was ich zumindest hoffe. Ich habe jetzt hier nur so Handikoffer drin, aber es geht immer noch. Genau, wir wollten hier noch sehr viel alles wegmachen und wir müssten mal wieder einen Moment einfach schön machen, damit es besser aussieht, ne? Hier auf dem Server kann man es ja spielen, zum Beispiel in Zwei-Games. Dann habe ich das endlich auch hoch. Sieben, wenn wir es mal haben. So. Einige Sachen hier gewachsen, ich würde nicht einiges, aber ein bisschen was. So. Ähm, genau, können wir jetzt hier nämlich was machen. Also, meine Hühnereier. Okay, mal. Antobox, dieses Wurstel. Warte, man. Antobox. Oh, Antobox hat meine Hühnereier. Oh Mann, ey. Jetzt machen wir es ganz einfach. Wir machen das mal so, dass wir hier noch reingehen. So, ähm, dann wollten wir farmen. Also, ich versuche heute, meine Mom zu fragen, dass wir heute, also, dass wir heute mal ein Stand-Video bestellen können. Also, nicht Arsch, geil, ne? Ich hätte mir die beste Tonqualität, äh, Tonqualität. Und ja, ähm, was wollten wir halt jetzt machen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ähm. Ähm, ich versuche heute mal, ähm, also, ich versuche, nächstes Wochenende, einen kleinen Streaming zu machen, so 5 Stunden Streaming. Das heißt, ihr könnt immer alle vorbeischauen, twitch.wc.wc.twitch.com/.mrlatsbez. Ähm, da einfach vorbeischauen und dann werdet ihr mich beim Streaming, dann denke ich mal sehen. Ähm. Ich weiß nicht, wo es nicht was ich machen soll. Ja, das Backe. Mhm. So, und wir wollten ja unser Baumhaus weiterbauen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt bauen soll, weil das ist ja jetzt ein schönes Dunkelsiegel. Und, was habe ich jetzt gerade gemacht? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in die überhaupt Frauenwelt gehen. So. Ähm, wir müssen jetzt erstmal in die Frauenwelt und so, in diese, ähm, ein bisschen Knochenhöl suchen. Also ich hoffe, man hört nicht. Ich versuche gerade so, äh, so gut wie möglich hier reinzusprechen. Das heißt, ich glaube, ich bin ja etwas kleinerer oder eine etwas schlechtere Ton-Habilität dafür. Entschuldigung, ne? Ähm. Ähm, ihr kennt dieses Gefühl nicht, also ich, ich glaube, ihr kennt dieses Gefühl nicht, wenn ihr halt, ähm, mitten in einer Survivor Games Runde seid und richtig gut equiptet sind. Und, ähm, und ihr nehmt halt so auf, also ihr wollt halt so aufnehmen, also wolltet also in der Runde nehmen, hat man nicht auf, ne? Und immer wenn, wenn ihr nicht aufnehmt, kriegt ihr jetzt gerne Runden, ne? Ihr kriegt immer ein gutes Glück, wird alles richtig gut, ne? Und da hat's, äh, hat's einfach so richtig gut geklappt, ne? Ja, leider, also Eisenschwert, ne? Und Voll Iron. Und dann haben sich halt, man hat dann, waren halt noch, also ich war halt, es waren halt noch vier Spieler, ne? Und, ja, was halt, alter, 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 was hat dieses Skelett, alter, ETF. Was hat denn das, ey, wie schnell das jetzt hier grad kam, ey, ETF. Und dann bin ich halt einfach gestoppt, da hab ich mein Headset aufgeschlagen. Das ist erschrotet. Jetzt hab ich nur diesen Kopfhörer da übrig, aber, äh, ich werde jetzt nur noch Handy-Kopfhörer holen. Und, ich werde das Ganze dann, ähm, natürlich nur mit dem's machen. Mit dem Stand-Mikrofon mit Handy-Kopfhörern, so, hier, da kann ein Problem sein, also. Ähm, die Videos, die werden jetzt zwar vielleicht alle, also, ich versuche erst, das hier, ähm, hinzubekommen, wenn das hier geht, dann kommt ihr ein, ähm, bestimmt kriegt ihr dann nur Videos, wahrscheinlich ohne Ton, denke ich mal. Ähm, aber, ich denke mal, ey, das hier jetzt wird so gehen, und dann, oder schon klappen, also, wie schon gesagt, sorry einmal dafür. Und, ähm, wo war's halt, wo war man halt noch stehen geblieben, genau. Ähm, zu dem Twitch, ne. Ähm, ich weiß es noch nicht, ob ich streamen, wenn da halt, ähm, ich muss erst gucken, ob da mein, ob das mein Internet schafft. Denn ihr wisst ja, ich hab alles so ein richtig, so ein richtig behindertes Internet. Wo wir ein bisschen was hin. Ey, war noch das Geld, äh. So, ähm, ihr wisst ja ganz genau, dass ich so ein richtig gutes Internet, äh, äh, schlechtes Internet habe. Ich hab jetzt, glaube ich, vielleicht jetzt kurz sagen. Äh. Das war's nicht. Ah, halt, Schnauze. Würdest du viel. Ja, dreck Arsch. Ähm. Einschafften. Ähm, Status. Also, ich hab jetzt hier gerade einen 72er Ping, ne. Also, ich weiß ja nicht, also, ich wohne auf dem Dorf und da ist ein 72er Ping. Überhaupt nicht gut. Und da ist ein Ping überhaupt nicht gut. Seh ich da oben, ist das Spawn oder was? Die Schnauze ist das letztendlich gespawren, oder? Und, ähm, glaube ich, soll mir mit einem 72er Ping bei einem Lightstream anfangen. Und, ähm, Leute, das wird jetzt hier halt nur eine kleine Vorzufolge. Ähm, falls euch das hier gefällt, dann ist bitte eine Bewertung oder sowas da. Und, ja, ähm, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich mir halt so gekleppt habe, das war halt irgendwie zu imponieren. Ähm, aber, das ist halt, er hat einfach auch richtig aufgeklägt. Also, Leute, dann würde ich sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal. Da haben gesagt, alle Tschüssi. Äh, Tschüssi. Ich kann nicht schreiben, ich weiß. So, dann würde ich sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das hier gefällt, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und schaut auf dem Server hier vorbei, also ihr könnt ja mal mit mir, mit mir mitspielen. Das heißt, ich suche Leute, die wirklich in meiner Stadt wohnen. Ich versuche hier, ähm, vielleicht, wenn die auch eine ganze Video hier sehen in dem Fall. Ähm, ich nehme jetzt mal das halt so zuvor vor mich. Ähm, ich versuche jetzt hier so ein bisschen was, ähm, eine kleinere Stadt aufzubauen. Und, ja, dafür brauche ich dann halt noch ganze Sachen, ne. Und, ähm, das würde mich halt sehr freuen, wenn ich jetzt so eine eigene Welt bekommen würde, die halt nur, die halt Mr. Dust Place heißt. Wo dann halt in dem Fall, ähm, auch meine Sachen drin sind. Ähm, ja, das würde mich, würde ich sehr freuen. Und an der Box hat eine Karotte, die kann man jetzt noch sehen. Hier komme ich die, an Topax. Ich mach mal kurz mein Mikrofon raus. Die sind wirklich scheiße. Okay, ähm. Komm, Spawn. Geben einfach in Spawn. Swap. Home. Welt. So, und danach, nach der Runde, werde ich halt dann die Runde beenden, ne. Anliegen, los, guck, 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 guck. So, dann gehen wir jetzt. P, Home. Und sehen die da in dem Fall noch an. Und dann werde ich die Runde schon beenden. Auch, komm, nochmal die Taten. So, Leute. Falls es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Bewerteln da. Trotzdem, bis zum nächsten Mal. Heute rein. Tschüss. 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 Tschüss.